So, Donner hilft mir beim Abschließen. Huch, Augenblick warten. So, in der Landwirtschaft sind sie fleißig. Oh, der Hitze mehrt der jetzt große. Aber klar, sie sind es gewöhnt. Und meine Donner, bleiben wir mal auf der Seite oder gehen wir noch auf die andere. Das war jetzt mein Finger. Ruhig ein bisschen mit mir mitlaufen, da ist Schattig. Was hast du denn du an die Nase? Feder? Ja, schön machst du das. Schön langsam laufen. Gucken wir schon mal über die Mauer. Gucken wir mal, da unten die Rehe sind. Die haben sich auch versteckt. Und die Donner hat sich abgelegt. Die Frau hat immer so lange gequatscht. Am Badesee ist was los. So, da unten seht ihr die Donau. Flißchen. Flißchen. Kissen! The Floyd Convent. Ich bin links und lver. Triff. Hep in offens critter Flä おuin. Amerikanischer Schatten. Schattel Keir Ochsen. Vielen Dank.